Diese 80er Retro-Uhr von Casio ist gerade im Angebot. Ich habe sie mir bestellt und für dich einen Schnelltest gemacht. Die Verpackung ist hochwertig und das Armband lässt sich verstellen. Meine Handgelenke sind dünn wie Spaghetti und es passt. Das Display hat eine blaue Beleuchtung und angeblich soll die Uhr auch wasserdicht sein. Die Funktionen sind nur neben der Uhrzeit, Kalender, Wecker und Stoppuhr. Ein kurzen Saunabesuch hat sie bei mir gemeistert und das Beste, sie übersteht sogar Laserstrahlen von einem Raumschiff aus den 80ern. Den Link zum Angebot findest du direkt in meinem Profil.